In den letzten Wochen wird gern und viel vor der Linken gewarnt. Hier in Berlin regiert die Linke seit 2001 mit. Und wer hier her schaut, kann sehen, was wir hier zu Wege gebracht haben. Nur mit der Linken ist in Berlin der Haushalt in Ordnung gebracht worden, wurden im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor 8000 sinnvolle Arbeitsplätze eingerichtet, kostenfreie Kitas eingeführt, das längere gemeinsame Lernen durchgesetzt, Studiengebühren verhindert und ein Programm gegen Rechtsextremismus aufgelegt. Unsere Integrations- und Gleichstellungspolitik ist vorbildlich. Wir haben ein Kohlekraftwerk in Lichtenberg verhindert, einen Berlinpass eingeführt, mit dem ärmere Menschen Kulturangebote und die Bahn günstig nutzen können. Mit uns hat im Bundesrat Berlin für den Mindestlohn gegen Hartz IV gestimmt, gegen die Rente mit 67, gegen die Praxisgebühr und die Schuldenbremse, gegen die Privatisierung von Bahn- und Flugsicherung und auch gegen Internetsperren. Das alles können Sie unterstützen. Machen Sie Berlin zum Exportschlager. Helfen Sie mit am 27.09., indem Sie die Linke wählen. Links wirkt. Je stärker die Linke, desto sozialer das Land. 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 Du heißt, dir jetzt wird der Lichten brother mit nicht mit einem knillcl vibrating att acuerdo.